Hallo, jetzt sind wir hier in der Bayer's Lounge und hier kann man ganz entspannt die Leute wiedersehen, Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Einkäufer treffen und die Verträge zum Abschluss bringen. Und ich habe jetzt gerade hier gesehen im Hollywood Reporter einen Artikel über Outrage und jetzt freue ich mich ganz besonders den Regisseur des Films, Ace Cruz, aus Hollywood hier zu haben und mit ihm darüber zu sprechen. Ace Cruz, how is it to have the movie here screened at the Cannes Film Market? Excited, excited, excited. It's a filmmaker's dream to have a movie screened here, especially here in Cannes and get a lot of people to enjoy the film and that is what is happening here. So I'm very excited, I'm very happy. Ja, thank you Ace very much for the invitation. Vielen Dank für die Einladung. Wir müssen uns jetzt schon fast beeilen, denn man sollte schon eine Stunde früher da sein, um den Film noch anschauen zu können. Viele Leute werden da sein. 13.30 Uhr geht's los und now we're going to see the movie.